From Blue Hawaii, ich bin Claudius Fabig. Hören Sie mal, was ich Ihnen für eine spannende Studie zum Thema Sonne mitgebracht habe. Mal wieder. Sonne wirkt gegen Winterdepressionen. Psychiater kennen das Problem. Im Winter haben Sie viele Patienten, die Depressionen haben. Und im Frühling verschwindet bei vielen die Depressionen wieder. Warum? Weil sie in die Sonne gehen. Und das bestätigt auch Dr. Siegfried Kasper, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität in Wien. Psychotherapie, schwieriges Wort. Sie sehen also, die biopositiven Effekte der Sonne belegen erneut, dass Sonne nur gesund ist, solange wir das Hauttypen gerecht und maßvoll machen, unsere Augen schützen und den Sonnenbrand vermeiden. Mehr zu dieser und vielen anderen Studien finden Sie wie immer unter bluehawaii.de. Da gibt es natürlich auch die Infos zu unserer Pflegeserie Blue Hawaii. 100% vegan, Dermatest sehr gut und frei von sämtlichen bedenklichen Inhaltsstoffen. Und bluehawaii.de. Bis zum nächsten Mal. Hang loose. Tschakka tschakka.